Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln und uns engen. Er will uns Stufe um Stufe heben, weiten. Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn aus kleinen Dingen große werden, haben wir irgendwas richtig gemacht. Wenn aus einem kleinen Gespräch eine Partnerschaft wird, wenn aus einem Impuls eine Idee wird, ein Unternehmen wird, eine Marke wird, haben wir irgendwas bewegt. Und das machen wir mit dem Spa-Camp jedes Jahr und ich bin immer wieder begeistert, dass das funktioniert. Es ist großartig, euch alle hier zu sehen und jedes Mal denke ich mir, bitte mehr davon. Alle bitte zu mir kommen. Und da1949 auch. Ich bin lez. Ja, ich freue mich sehr, dass wir das zehnte Sparkamp so gut über die Bühne gebracht haben. Es war viel Arbeit in den letzten zehn Jahren, um so eine hochwertige Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Danke an das gesamte Team, die ganzen Partner und alle, die mitgemacht haben. Jetzt gönnen wir uns ein bisschen Pause und dann starten wir mit der Planung zum 11. Sparkamp. Bei mir zu Hause im Salzburger Land, im Edelweiß in Groß Aal, wo wir uns dann alle wiedersehen. Ich freue mich. Bei mir zu Hause ist das ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen, aber es ist das ein bisschen. Aber ich habe mich sehr, das ist das ein bisschen, aber ich fühle mich sehr, dass wir uns dann wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020